Yo Leute, was geht ab? Ich bin Sanan und heute mache ich mal Obby. Ihr wisst, ich habe lange keine Videos mehr gemacht. Keine Obbys, kein Roblox, keine normalen Videos, keine Challenges. Ich habe einfach nichts gemacht. Nichts. Und heute habe ich mir einfach mal überlegt, dass ich ein Roblox Video mache. Nur für euch. Nur für euch. Und ja, ich springe gerade auf die Tische. Und das ist die Obby Escaped School Obby. Für den ersten Tag. Muhahaha. So Muhahaha. Junge, guck mal sein Messer, Alter. Was ist das für ein Lehrer? Guck mal seine lange Nase an. Guck, guck, guck. Wie lang? Das ist doch keine Nase. Das ist, glaube ich, ein Holz, ein halbes Holzstock. So, los geht's. Wir verlieren keine Zeit. So. Hallo, ich bin auf dem Checkpoint. Checkpoint. So, schnell. Ich glaube, ihr hört auch meine Hände und Finger und so, weil ich hier auf dem iPad spiele. Dann hört man ja alles. Und folgt mir alle gerne, ja, folgt mir alle gerne bei meinem anderen Account. Ich habe jetzt zwei Accounts. Einer ist dieser, wo ich gerade spiele. Und einer ist über andere, wo das bei meinem Handy ist. Da könnt ihr mich abonnieren. Das zeige ich auch in irgendeinem Video mal. Wie ich da heiße, folgt mir alle und auch meinen besten Freund. Den könnt ihr dann auch folgen. Ja. Und weiter geht's. Hä? Was? Aber warum lügt das? Das nervt. Achso, ich darf auf nur diese drei Sachen gehen. Achso, ich dachte, da kann man auch gehen. Oh. Oh, 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 oh. So. Leute, 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 Leute. Jetzt gehen wir hier in den Lüftungsschacht rein. Los, 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 los. Unendlich, Mann. Das hasse ich immer. Die Dreier mag ich ein bisschen, aber die Zwanziger, wenn hier einfach mal 20 Linien sind und man dafür die Richtigen entscheiden muss. Das ist so schwer. Man braucht dafür eine Stunde. So, ich glaube, wir schaffen die heute, diese Obby heute. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Wenn was Roblox klärtet. Wann wurde Roblox erfunden? 2010? Nein, das ist 2005. Hä, wirklich? Achso, ja, doch. Oh. Das war leider falsch. Aber was ist der Name of the Crater? Ah, was ist der Name von diesem Crater? Von diesem Spiel? Natürlich nicht der. Guck mal, da oben steht das doch. Was ist das für ein Spiel? Ein Obby oder ein Tycoon? Natürlich ein Obby. Weiter geht's. Sorry dafür, dass ihr meine Hände und Finger hört. Sorry dafür. Und sorry auch dafür, dass es liegt. Und ich ändere irgendwann mal auch meinen Skin. Hä, hier, oder? Ja, hier. So, aber die... Über die Potions springen. Muss man dafür den richtigen Weg entscheiden? Wenn ja, wohl, ich bin Profi. Oh. Ich durfte das nicht berühren. Mano, 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 mano. Guck mal, wie ich rede. Wieder richtig? Oder kann... Ah, egal. Ah, jetzt... Hier auf dem Klo? Hier? Nein. Hier. Hier. Das Haus... Äh, wir sind auf dem Klo. Äh. War raus hier. Das ist so eklig. Nein. Na. Nicht dein Ernst, oder? Was ist das? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Und da ist ein Maus. Eine Ratte. Iiii. Mein Kopf, Alter. Aber guckt bei der Liste mein Name. Da steht mein Name. Da könnt ihr gucken, wie ich auf Roblox heiße. Da könnt ihr mir folgen. Oh, 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 oh. Ach so. Oh, ich springe nur so die ganze Zeit. Oh, wie dumm. Bin ich am Ende? Nein, oder? Oh, Junge, schon wieder. Oh, das nervt. Wo bin ich? Wieder in den Lüftungsschacht. Oh nein, ein Labyrinth. Ich geh hier. Oh, nein. Nein. Ja, ich glaub, das ist der richtige Weg. Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub schon. Hier? Hä? Wo bin ich jetzt hier? Zack, oder? Hier. Ja, hier geht's weiter. Ja, bin da. Wo bin ich jetzt? Hä? Ach so, das ist die Cafeteria, wo man isst. Hm. Ich dachte, hä, bin ich jetzt bei einer anderen Obie? Was? Wie? Müsst du das Ganze wieder von vorne machen? Das haben wir doch schon gemacht, oder? Hä? Das haben wir doch gemacht. Oder? Warte, ich guck mal. Ah nein, doch, doch, doch. Jetzt geht's nach Hause. Yeah, Leute. Wir sind entkommen. Also, wo ist unser Haus jetzt? Nervt mich, wo ist unser Haus? Wo ist mein Haus? Hä? 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 Ich will ein grünes Haus haben, mein Lieblingsfarbe. Ich bin auf dem Haus drauf. Der Haus ist... So. Guck mal. Guck, guck, guck. Wie das Haus so klein ist, Alter. Guck mal, man kann auf dem Dach drauf springen. Also, erst mal Checkpoint holen. Checkpoint. Und hab gewonnen. Das hatte nur 20 Stage. Und wieder mal grün. Und... Ich will... Ich bringe jetzt unendlich... Ey, das ist was, das ist was, das ist was. Ey, ich will da hin. Junge. Was ist das? Ich will da hin. Oha, voll geil, Alter. Und da... Was ist das? Da ist die, glaube ich, Juppie hierauf. Und hierauf. Ah, da ist das Mädchenklo. Ah, da ist diese Sache, wo ich gesagt habe, hier ist ein Mädchenklo, hier ist ein Jungenklo. Und dann bin ich weitergegangen. Da ist das. Diese zwei Türen. Aber das kommt... Da ist einfach nichts. Guckt. Da ist einfach nichts. Und da ist auf einmal jetzt was gespawnt. Aber egal. Und ja, Leute. Das war's für heute. Abonniert mich. Aktiviert die Glocke. Liked dieses Video. Und wir sehen uns bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.